Dieser riesige Hummer-Titan hat das Auge der Alpen. Du musst auch so groß werden, wenn du es ihm wegnehmen willst. Wow, da darfst du nicht mal groß rauskommen! Pass auf, da kommen sie! Rette mich, Schirr-Sah! Geht das mit ein bisschen Hilfe, Skylander? Fähre die Titanen! Komm, die Skylander! Fähre die Titanen! Stufen auf! Wow, das sind einfach wie viel zum Böse richten! Das kannst du laut sagen, Flynn! Die Kerle sind riesig! Hoffentlich kann es der kolossale Kern richten! Da kommt Whiskas mit dem Kern! Wir machen dir darüber keine Sorgen! Der kolossale Kern bringt dich zu ihnen, damit du gegen sie kämpfen kannst! Und dann gibt's Titanen, recht was auf die Mütze! Wir fliegen voraus und halten die Auf-Office-Gallen. Oh, jetzt gibt's aber Ärger. Okay, Skylander, der episch große Rumatitan hat das Auge der Alten. Es wird aber nicht leicht, in ihn ranzukommen. Ja, dieser furchtbare Flussklift hat sichtlich sichere Sicherheit durch superstaatliche Seeschärven. Und jetzt hat er es einmal schnell hintereinander. Vorbei. 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 Dafür. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020